Ja, willkommen zurück zu The Order, einer weiteren Folge. Mein Gott, lange ist es her. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wo wir, wo waren wir denn hier? Oh Gott. Ähm, wie das Spiel funktioniert. Es ist echt lange her, wo wir es gespielt haben. Okay, kann ich zoomen? Hier ist eine Pflanzenplantage. Ähm, wo muss man, ach hier, okay. Kann ich noch mal, kann ich rennen? Nein, aber ich kann klettern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich muss erst mal gucken. Oder sieht man auch so fantastisch aus? Ähm. Da unten ist jemand, seinen Garten am bewirtschaften. Wo müssen wir denn jetzt hinten? Hier? Nee. Ah, hier, okay. Da gucken wir mal. Ähm, wie kann ich denn... Achso, okay. Wir sind Eindringlinge. An die Bassen und los! Lafayette. Schö. Okay, wir haben rausgefunden, hier gibt es auch Halbblüter. So, gucken wir mal. Boah, wie cool das ist. Ich habe Angst vor dem nächsten Kampf oder so. Ich bemühe mich, mich hier. Ähm, ich hoffe, ich kann das Kampfsystem noch. So, was haben wir hier schönes? Ähm, wie kann ich das aufrufen? Kann ich das Archiv? Ist es hier? Ah, hier. Das haben wir, glaube ich... Ach, stimmt. Da waren wir schon gewesen, ne? Das haben wir ja schon mal gehört. Stimmt ja. Kommen wir hier durch? Nee, okay. Hier ist irgendwas. Können wir das Rädchen drehen? Ja, okay. So, wie kommen wir denn jetzt... Was bringt mir das jetzt? Kann ich jetzt da... Kann ich jetzt da hinspringen? Oder wie ist das? Ach so, okay. Okay. Dann schauen wir mal. Hier rein kommen wir nicht. Wie gut das aussieht. Das ist unfassbar. Ich hoffe, im Stream kommt das auch... Oh Gott. Wie duck ich mich denn nochmal? Ähm. Aber mit Kreis. Einmal lang für Bobbys. Ist das wichtig? Halt einfach nach beiden die Augen auf. Ich meine... Wenn es Ritter sind... Brauchen wir da nicht Hilfe? Natürlich sagen wir Bescheid, wenn wir da unten irgendwelche Schwarzwachen entdecken. Gilt das auch für Bobbys? Na, wenn es nur ein paar sind, dann schießen wir sie und fertig. Wenn es mehr sind? Keine Ahnung, dann schießen wir auch. Halt einfach die Klappe und pass gut auf. Wie kann ich hier nochmal... Irgendwie konnte ich auch die Deckung wechseln. Ich weiß nicht mehr, wie das nochmal war. Oh Gott. Oh Gott. Sicher. Eieieieieieiei. Vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. So. Ihr führt einen Weg hinaus. Irgendwie hatten wir auch so eine Art Bullet... Uh. So eine Art Bullet Time. Ich weiß aber nicht, wie... Ich weiß aber nicht, wie die Nummer funktionierte. Das ist schlecht, wenn man eine längere Spielpause hatte. Okay. Ja, der macht alles zu. Huiiii. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo. Eieieieieiei. Sehen Sie, Monsieur. Diese Königin hat Gott nicht beschützt. Oh, oh. Okay. Kämpfe durch den Hinterhalt der Rebellen. Alter, was? Höh. Nein, Alter. Ähm. Ist es wies, wenn man die Steuerung nicht mehr kann. Höh. Wie war der Nummer, Alter? Wie war der Nummer nachladen? Ah, Viereck. Okay. Ich stehe unter Beschuss. Und in Black. Da verjetzt die Deckung. Alter. Ist das schon wieder ein Scharfschützer, oder was? Ach, schon wieder. Ich glaube, wir haben den Scharfschützen. Puh. Puh. Da ist noch jemand. Uh, ist das eine Action hier. Alter. Ich würde es gerne mit der Deckung wechseln und nochmal ausprobieren, wie das funktioniert. Ähm, warte mal. Hier, Deckung und dann. Kreis. Kreis. Nee. X vielleicht? Nee. Ich teste das mal eben. Ähm. Viereck? Nee. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm. Okay, Munition ist voll. Wir können auch Granaten werfen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Okay, kommen wir nicht rein. Schauen wir mal, was ist hier? Ist hier irgendwas Besonderes drin? Okay, Lafayette, nimm die Straße. Wir gehen durchs Haus. Wie wechselt euch denn die Waffe? Ähm. Ach so. Ach so, okay. Funktioniert doch mit Kreis. Ah, hier waren die Scharfschützen hier oben. Ich dachte, hier war gerade irgendwas am Leuchten. Na ja, gut. Ich habe schon seit, seit Wick habe ich irgendwie, hallo, uah. Alter. Drücke allein, um Schwarzsicht zu aktivieren, wenn die Anzeige verfügbar ist. Ach so, okay. Der Weg ist blockiert. Durch das Gebäude. Mist. Äh, welches? Ach, hier. Okay. Na, dann wollen wir mal... Was mit der Schwarzsicht, erinnere mich ein bisschen an Red Dead Redemption, muss ich sagen. und dann wollen wir mal... Das ist der Schwarzsicht. Ja, das ist der Schwarzsicht. Hallo. Wer hat das Gerät? Ja, das ist der Schwarzschatz. Was ist das für die Schwarzschutz? Das ist der Schwarzschutz. Wo es ist das für die Schwarzschutz? Oh, das ist der Schwarzschutz. Ich bin das für die Schwarzschutz. ok das haben wir da kommen noch mehr gott, 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 gott alter, willst du verarschen? ok, ich sollte mal, oh gott, gott, gott was ist das denn hier? ach, munition wie gut, dass ich hier nicht so viel sehe, ach hier das ist sehr aufregend auf jeden Fall, da kannst du wohl laut sagen aua, lass das oh, scheiße hallo, hör auf du, bin gleich tot oh gott, gott, gott Mist, da ist noch einer jetzt schmeiß ich auch noch granaten, ich glaub's ja wohl, oh fuck, was? äh, ich brauch Hilfe ok, ich renne mal vor, ich weiß nicht, ob es noch eine gute Idee ist boah, was eine action hier äh, äh, ähm, wo ist der denn? nach da oben oh gott, oh gott, oh gott, oh gott, ich brauch, äh, ich brauch Deckung, ich brauch Deckung oh gott, oh gott, oh gott, oh gott, oh gott oh, miss oh, scheiße er ist direkt bei mir er ist direkt bei mir, natürlich Natürlich. Ach da. Da muss doch mal so langsam gut sein. Definitiv. Granaten nehme ich mit. Mal gucken wir die Munition hier. Suchen sie einen Weg auf die Dächer? Okay. Ja, aber gerne. So. Das hätten wir. So, dann gehts mal weiter. Okay, wir mussten also quasi nur überleben. Die Gegnermengen. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal wieder aufs Dach. Possible. Possible, hörst du mich? Hat keinen Sinn, Monsieur. Die Gebäude blockieren das Signal. Der Fluch des Fortschritts. Ihr Monokular. Ich kann unser Ziel sehen. Das Krankenhaus ist zweimal westlich. Sehen Sie unsere Kameraden? Noch nicht. Da. Das müssen sie sein. Na, machen wir mit. Sollen wir ein paar Freunde einladen? Wir brauchen hier Luftunterstützung. Bestätigen Sie, Sir Galahad. Wir signalisieren Blau-Roten im Abstand von einer Sekunde. Wir bitten um Sichtbestätigung der Kursänderung. Das ist ja cool. Wir haben Sichtbestätigung Ihrer Position. Kurzänderung auf 2,24 Grad. Erreichen Wasserschleife über Whitechapel in 8 Minuten. Sentinel-5 bestätigen. Warten Sie vor Ort auf Befehle. Dann los. Okay. Das wird lustig, glaube ich. In Pariser Slums riecht es nach Rosen, nehme ich an. Merde riecht wie Merde, Monsieur. Überall auf der Welt. Nach Ihnen. Nach Ihnen. Okay. Ich dachte schon. So, was haben wir hier? Näh. Voll als Easter Egg, ey. Guck mal ein Sackboy. Lol. Easter Egg. Hab bestimmt jeder schon gefunden. Wie knuffig. Ich glaube wir kriegen... Ich glaube wir kriegen Gesellschaft jetzt. ... ...